Hast Du jemals das Gefühl gehabt, dass das Universum Dir Zeichen sendet? Diese subtilen Hinweise, die Dich auffordern, innezuhalten und auf die Veränderungen um Dich herum zu achten? Eine Mondfinsternis ist einer dieser seltenen Momente, in denen das Universum seine Energie bündelt und Dir die Gelegenheit bietet, Dich neu auszurichten. Am 28. September 2024 erwartet uns eine Mondfinsternis, die eine gewaltige Kraft der Transformation in sich trägt. Es ist ein kosmischer Neustart, der Dich dazu einlädt, Altes loszulassen und Platz für Neues zu schaffen. Doch was genau bedeutet das für Dich? Wie kannst Du diese Energie nutzen, um Dein Leben zu verändern? Lass uns tiefer eintauchen. Wenn Du noch nicht Teil unserer Gemeinschaft bist, dann laden wir Dich jetzt ein, unseren Kanal zu abonnieren, um zukünftig keine spannenden Beiträge mehr zu verpassen. Nummer 1. Loslassen, was Dir nicht mehr dient Die Mondfinsternis bringt die Energie des Endes und des Neuanfangs mit sich. Dies ist der perfekte Moment, um Dir bewusst zu machen, welche Gewohnheiten, Beziehungen oder Gedankenmuster Dir nicht mehr dienlich sind. Oftmals halten wir an Dingen fest, die uns schaden, weil wir Angst vor dem Unbekannten haben. Doch die Finsternis lädt Dich ein, mutig zu sein und loszulassen. Stell Dir vor, wie Du den Ballast, den Du schon so lange mit Dir herumtrickst, abwirfst. Diese Transformation ist ein Akt der Befreiung, eine Chance, Dich von alten Wunden zu heilen und Platz für frische Energie zu schaffen. Nummer 2. Eine Zeit der Introspektion Während einer Mondfinsternis wird der Mond, das Symbol Deiner tiefsten Emotionen und inneren Welt, in den Schatten gestellt. Dies kann Dich dazu veranlassen, tiefer in Dich selbst hineinzuschauen und Deine innere Wahrheit zu erkennen. Es ist eine Phase, in der Du Deine Ängste, Wünsche und Hoffnungen klarer siehst. Du könntest alte Muster oder Glaubenssätze entdecken, die Dich bislang zurückgehalten haben. Dies ist eine kraftvolle Gelegenheit, um Klarheit über Deine innere Welt zu gewinnen und bewusste Entscheidungen zu treffen, wie Du Dein Leben voranbringen möchtest. Die Mondfinsternis fordert Dich auf, Dich nicht länger vor Deinen Emotionen zu verstecken, sondern sie anzuerkennen und zu heilen. Nummer 3. Türen, die sich schließen und Neue, die sich öffnen Eine Mondfinsternis symbolisiert oft das Ende eines Zyklus und den Beginn eines Neuen. Dies kann sich auf verschiedene Lebensbereiche auswirken, von Beziehungen, überberufliche Projekte bis hin zu Deiner persönlichen Entwicklung. Wenn eine Tür sich schließt, mag es zunächst schmerzhaft erscheinen. Aber erinnere Dich daran, das Universum schließt diese Türen, um Platz für etwas Besseres zu schaffen. Dieser Prozess mag unangenehm oder irritierend sein, doch es ist eine Einladung, in eine neue Phase Deines Lebens einzutreten. Du kannst plötzlich die Klarheit oder den Mut finden, Entscheidungen zu treffen, die Du schon so lange vor Dir hergeschoben hast. Es ist an der Zeit, diesen neuen Weg mutig zu beschreiten. Nummer 4. Die Kraft der Manifestation nutzen Mondfinsternisse tragen eine immense Energie der Manifestation in sich. Es ist die perfekte Zeit, um Deine Absichten für die Zukunft zu setzen. Doch bevor Du manifestieren kannst, musst Du klar sein, was Du wirklich willst. Die Energie dieser Finsternis unterstützt Dich dabei, tiefer in Dich hineinzuhören und herauszufinden, welche Träume, Ziele und Wünsche Du in Deinem Leben realisieren möchtest. Je klarer und fokussierter Du Deine Absichten setzt, desto kraftvoller wird die Energie der Manifestation wirken. Nimm Dir Zeit, um zu visualisieren, wie Dein Leben aussehen soll und vertraue darauf, dass das Universum Dich dabei unterstützt, dies Wirklichkeit werden zu lassen. Nummer 5. Innere Transformation und spirituelles Erwachen Eine Mondfinsternis hat oft tiefgreifende Auswirkungen auf Deine spirituelle Entwicklung. Sie kann Dir das Gefühl geben, dass Du plötzlich Antworten auf Fragen findest, die Du lange mit Dir herumgetragen hast. Vielleicht erlebst Du spirituelle Einsichten oder einen tiefen inneren Wandel, der Dich näher zu Deinem wahren Selbst bringt. Dieser Moment der Transformation ist wie ein Reset-Knopf für Deine Seele. Es kann Dir das Gefühl geben, dass Du näher an Dein spirituelles Potenzial herankommst und Dein Bewusstsein für die größeren Zusammenhänge des Lebens wächst. Du bist auf dem Weg zu einem tieferen Verständnis Deiner eigenen Existenz und Deiner Rolle im Universum. Nummer 6. Der Mut, Veränderungen zuzulassen Veränderung kann beängstigend sein, doch die Mondfinsternis fordert Dich auf, Deinen Widerstand gegen das Neue aufzugeben. Es ist ein kosmischer Moment, der Dich daran erinnert, dass das Leben immer im Fluss ist und Du Dich diesem Fluss nicht widersetzen solltest. Es ist Zeit, mutig zu sein und die Veränderungen, die auf Dich zukommen, willkommen zu heißen. Auch wenn Du nicht weißt, wohin diese Veränderungen Dich führen werden, vertraue darauf, dass sie Teil Deines Wachstums sind. Die Mondfinsternis schenkt Dir den Mut, diese Transformation anzunehmen und darauf zu vertrauen, dass sie Dich auf den richtigen Weg führen wird. Nummer 7. Altes Karma auflösen Mondfinsternisse sind auch dafür bekannt, altes Karma zu bereinigen. Vielleicht fühlst Du, dass Du in bestimmten Lebensbereichen immer wieder auf dieselben Herausforderungen stößt. Diese Finsternis könnte Dir die Möglichkeit bieten, altes Karma loszulassen und Dich von verdangenen karmischen Verstrickungen zu befreien. Dies ist der ideale Moment, um alte, negative Muster zu durchbrechen und eine neue Richtung einzuschlagen. Indem Du dieses alte Karma loslässt, kannst Du einen klaren, unbelasteten Weg in die Zukunft betreten. Es ist eine tiefe Reinigung, die Dir erlaubt, leichter und freier zu leben. Nummer 8. Verbindung mit dem Universum vertiefen Eine Mondfinsternis bietet Dir auch die Möglichkeit, Deine Verbindung zum Universum und zur höheren Kraft zu stärken. Dies ist eine Zeit, in der Du bewusst innehalten und Dich darauf fokussieren solltest, wie Du mit dem Universum interagierst. Vielleicht spürst Du in diesen Tagen eine stärkere Intuition oder das Gefühl, dass Dir bestimmte Zeichen oder Botschaften gesendet werden. Nutze diese Zeit, um Dich auf Deine spirituellen Praktiken wie Meditation oder Journalien zu konzentrieren. Die Finsternis öffnet ein Portal, durch das Du tiefer mit der Weisheit des Universums in Verbindung treten kannst. Unser heutiges Fazit Die Mondfinsternis am 28. September 2024 ist ein kraftvoller Moment der Transformation und des Neuanfangs. Sie lädt Dich dazu ein, alte Muster loszulassen, Dich Deinen Ängsten zu stellen und mutig in eine neue Phase Deines Lebens einzutreten. Dies ist eine Zeit der inneren Heilung, der spirituellen Einsicht und der Manifestation Deiner tiefsten Wünsche. Nutze diese Energie, um alte Wunden zu heilen, altes Karma aufzulösen und Deine Verbindung zum Universum zu stärken. Denn nur, wenn Du den Mut hast, das Alte loszulassen, kannst Du den Raum schaffen, den das Neue braucht, um in Dein Leben zu treten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald! Zuhören und bis bald! Zuhören und bis bald! Zuhören und bis bald! Zuhören und bis bald!